Im nächsten Fokusthema geht es um die natürlich gewachsenen Bauteile aus Laubholz. Wie ich schon im Vortrag erwähnte, ist ja die Ausbeute beim Laubholz, die Stammholzausbeute, relativ niedrig. Die liegt bei 40 bis 50 Prozent im Vergleich zum Nadelholz, wo sie bei ca. 80 Prozent liegt. Das heißt, der Rest des Baumes, also die Baumkrone, die Äste, die werden eben in der Regel als Energieholz verwertet, also verbrannt. Und es gibt eben seit einigen Jahren da Anstrengungen, die Ausbeute im Laubholzbereich zu vergrößern und eben gerade im Bereich der Krone eben bestimmte Elemente, natürlich gewachsene Bauelemente zu nehmen und sie als strukturelle Bauteile einzusetzen. Und es gibt eben da vor allem die Astgabel. Das ist hier ein kleines Beispiel. Also die Verbindung in einem Stabtragwerk ist meistens das schwächste Glied. Das heißt, die ganze Dimensionierung des Tragwerks wird auf die Holzverbindung ausgelegt. Die Holzverbindungen, also die reinen Holzverbindungen, die beruhen ja immer auf der Subtraktion von Holz und der Fügung. Das heißt, dort wird das Material weggenommen und eben der Querschnitt wird in der Regel geschwächt. Und im Vergleich dazu ist eben ein natürlich gewachsenes Bauteil, also jetzt hier die Astgabel, ist eine Verbindung von drei Stäben, ist eigentlich für den jeweiligen Lastfall, also in der sie gewachsen ist. Also hier diese Anordnung ist die optimale Form. Das heißt, die Fasern verlaufen genau in dieser Richtung, in der die Kräfte verlaufen und tragen sie optimal ab. Und das ist bei der reinen Holzverbindung eben nicht der Fall. Da ist es eher eine Unterbrechung der Kräfte, die irgendwie dann durch die Form, durch die Ausführung der Holzverbindung und durch die Dimensionierung wieder ausgeglichen werden muss. Und es gibt eben da verschiedene Forschungen, die eben versuchen, mit diesen gewachsenen Bauteilen umzugehen und dort Strukturen dann zu entwickeln. Und ein Beispiel, was ich hier zeige, das ist von der AA London. Es gibt da eine Zweigstelle, eine Filiale in Hook Park. Das ist außerhalb Londons. Sie haben dort einen eigenen Forst und inventarisieren ihre Bäume. Das heißt, sie inventarisieren sie nach Form, nach Wuchsrichtung, nach Standort und legen dann eben aus diesem Inventar fest, welche Bäume sich für bestimmte Bauaufgaben eignen. Und sie wählen dann eben für diese Bauaufgaben eben die geeigneten Bäume aus und scannen dann die Elemente ab. Und dann werden diese Elemente mit einem speziell entwickelten Algorithmus so kombiniert, dass es eben für die jeweilige Bauaufgabe, für die jeweilige Bauart, also zum Beispiel ein Träger oder eine Kuppel, dass sie dort die optimale Position und Kombination dieser Elemente finden. Und dies ist eigentlich ein fundamentaler Bruch zur bisherigen Entwurfsart. Also bisher hat man eben entworfen und dann sich die geeigneten Elemente gesucht oder auch zusammengesetzt. Und hier geht man eben von der Ressource aus, also das ist, was ist vorhanden und wie kann man diese vorhandene Ressource so kombinieren und positionieren, dass es aufgeht. Und mit diesen Astgabeln hat man eben dann, die sind gescannt worden und dann eben im Raum optimal positioniert worden. Und dann hat man eben dann auch Holz-Holz-Verbindungen, wie hier diese Lab-Joint, hat man eben dann mit Robotertechnik ganz präzise ausgearbeitet, gefertigt und dann auch entsprechend gefügt. Und hier hat man in dem Projekt, was ich vorstelle, eben ist es ein 25 Meter weit spannender Vierendelträger, der komplett aus diesen verschiedenen Astgabeln zusammengesetzt wird und dann eben ein Dach für ein Lagergebäude trägt. Ein anderes Projekt, was ich zeige, das ist neuer, das ist vom MIT, das ist von Professor Kathleen Miller. Da geht es eben, es gibt eine ähnliche Technik, auch hier geht es wieder um Ausschuss. Das sind Bäume, die auf dem Campus vom MIT gefällt wurden oder geschnitten wurden und eben das Forschungsteam hat eben diese Reste eingesammelt und sie gescannt, inventarisiert und eben auch wieder mit einem speziellen Algorithmus für eine bestimmte Bauform die optimale Position und Ausrichtung der Elemente gefunden. Es geht aber hier um einen, es geht um einen kleineren Maßstab. Also wie kann man eben jetzt ohne aufwendige CNC-Technik diese Elemente so bearbeiten und fügen, dass man eben so eine Kuppel, eine kleine Kuppel bauen kann. Und man hat dort das Ganze eben mit Hilfe der Augmented Reality-Technik umsetzen können. Das ist eine App, in der man die 3D-Position des Elementes im 3D-Modell, im digitalen 3D-Modell mit der physischen Position des Elementes, also der Astgabel, abgleicht. Und so kann man eben dann diese Verbindungen, diese ganz einfachen Verbindungen mit Handwerkzeugen wie Stichsägen, Handsägen, Bohrmaschinen umsetzen, ohne jetzt eine aufwendige CNC-Maschine zu bemühen. Und man hat hier einen elastischen Filler eingesetzt, weil die Toleranzen doch immer noch relativ groß sind. Und so kann man eben mit diesem Filler, kann man eben dann das ausgleichen, dann eben eine elastische Gesamtkonstruktion erzeugen. Und so kann man das ausgleichen, wenn man das ausgleichen kann.